Musik 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 Heute Abend haben wir unsere Veranstaltung hier im FabLab gemacht, in Kamp-Lindfort, in einer sehr innovativen Umgebung. Wir hatten die Möglichkeit, hier im FabLab alles zu besichtigen, vor allem auch die 3D-Drucker und was sonst noch an innovativen Umgebungen ist. Kamp-Lindfort interessant ist sowieso, dass das eine sehr interessante Stadt ist, die sich sehr gut entwickelt, mit der Uni als Kern. Und was eigentlich das Schöne ist, der Mittelstand ist hier auch präsent und das ist eigentlich das Wichtige in Kamp-Lindfort, ist der Mittelstand, das, was sozusagen die Stadt auch wieder voranbringt, nachdem die Großindustrie, der Drucker, alles weg ist. Weiter unsere Veranstaltung für die Unternehmen haben wir hier gemacht, mit Zellberg zusammen Marketing im Bereich Offline-Online-Klepper zu kombinieren. Dazu haben wir sehr gute Vorträge gehört, die genug Anregungen für die Teilnehmer gebracht haben. Musik Wir sind heute Abend hier im FabLab in Kamp-Lindfort. Die Firma Zellberg veranstaltet heute Abend hier gemeinsam mit dem Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft einen Abend zum Online-Marketing. Zellberg macht Online-Marketing in allen Bereichen, sowohl in Verzeichnissen als auch im Suchmaschinen-Bereich und im Social Media. Genau zu diesen Themen haben wir heute Abend hier Referenten, nämlich den Björn Kockel zum Thema Facebook und Social Media. Das heißt, wie kann man als mittelständisches Unternehmen Facebook und Social Media Kanäle idealerweise nutzen, nicht nur für die Bewerbung von Produkten, sondern auch zum Recruiting von Mitarbeitern zum Beispiel. Und Björn Kockel hat heute Abend die Gäste auf eine spannende Kundenreise mitgenommen und hat einfach mal erklärt, wie denn heute eine Suche, eine Kundenreise funktioniert. Das heißt, man beginnt auf einem Kanal, auf einem Gerät mit der Suche, weil da die erste Idee entsteht, dann sucht man nochmal auf einem anderen Gerät. Und letztendlich ist es ja das Ziel, dass man eben offline ein Geschäft tätigt, das heißt im Ladenlokal vorbeikommt oder eben einen Anruf, einen Termin vereinbart. Und deswegen ist es heute Abend auch der Titel der Veranstaltung, online und offline miteinander ideal zu kombinieren. Und im zweiten Teil, Sven Fegers hat das Thema Suchmaschinenoptimierung sowohl auf der Webseite als auch im Umfeld der Webseite vorgestellt, praktische Tipps gegeben. Wie kann ich als mittelständisches Unternehmen meine Online-Darstellung optimieren? Wie kann ich verschiedene Einstellungen vornehmen, die mich auch in der Suchmaschine weiter nach vorne bringen? Er hat das Thema SEA, also Suchmaschinen-Advertising, Suchmaschinen-Werbung mit eingebracht. Und dann auch noch die Wirkung zum Beispiel von Bewegtbild, von Videos auf der Webseite und im Umfeld der Webseite.